hallo youtube hallo mitspieler herzlich willkommen zurück bei nick frei zockt fußballmanager 13 im mikro management und hier haben wir ja den schweizer pokal fc zürich gegen grasshoppers zürich und das im halbfinale das ist mal eine hammernummer lokal derby und zwei starke vereine und da kommt dann auch schon die böse musik und da kommen dann auch schon die anderen paarungen die es da so gibt und ja heute ist pokal time das heißt wir gehen rein ins spiel hier dürften alle einstellungen gemacht sein und genau ist auch gemacht wir gehen also rein ins spiel hauen kräftig auf den putz hauen da mal kräftig rein ballern die hoffentlich weg gerade mal gucken die haben wir alle die haben wir das haben wir das haben wir den haben wir ja den liegt bank ok gut wir haben alle also springen wir rein sparen wir nicht lange rum ja super die lassen wir in rot spielen und wir spielen in ja so sieht es am besten aus weil wenn wir die hier in weiß spielen lassen dann müssen wir in rosa spielen was sehr ähnlich in dem weiß ist oder in obwohl das ging auch das ging auch müssten wir auch gut erkennen spielen wir so bei dem heimtrikot so und dann sagen wir hier geht raus gibt euer bestes und dann hoffe ich dass wir denen eins auf den sack geben das ist natürlich alles mal wieder nur rein subjektiv gesehen weil ich halt der manager von grasshoppers zürich bin in meiner fifa 13 karriere habe ich mittlerweile dann auch mal ein spieler gemacht der beim fc zürich gelandet ist warum ganz interessant zu sehen ist echt ein starker klub war richtig spaß gemacht mit denen da rum zu kicken allerdings ja wie soll ich sagen bin ich da nicht so ganz in der lage den spieler zu beherrschen das ist das lustige bei mir und fifa ich bin schon froh wenn ich die tasten für die standard muss trefft man andere leute mann auch tricks und ich bin froh wenn ich die standard moves hinkrieg so dann würde ich hier mal sagen ja ok herzlich willkommen hier im stadion mit der aufstellung der beiden mannschaften und unsere mannschaft haben wir schon gesehen wie die aufgestellt ist und jetzt hoffe ich dass wir hier eine gute leistung hinlegen können da gibt es gleich mal hier für gimento gibt es gleich mal youtube hat keine ahnung wie man das ausspricht gibt es gleich mal eine gelbe karte für diese krätsche von hinten womit er unseren spieler böse gefault hat ich glaube harjovic war es und so da harjovic und schöne flanke und dummerweise da costa hält den ball das ist natürlich blöd gelaufen so jetzt aber schön abgefangen hier im mittelfeld dann ja ok geht verdammt schnell wie die sich dadurch trippeln jetzt faulen wir mal gucken ob es wieder eine karte gibt ob das ein schiri ist der gerne karten gibt nein es ist kein schiri der gerne karten gibt und deshalb geht es ohne karte weiter hier ben khalifa und wird gelegt und jetzt gibt es aber wieder eine karte alter schwede was treten die denn dazu ja wieder gelbe karte hier für zürich für matthew beda oder wie heißt matthew beda ach egal so hier freistoß ja schön er fliegt und fliegt auf zuber zuber schöner pass auf ben khalifa und da macht mustavi den entscheidenden den ersten den super genialen elf minuten tor trick und macht in der elf minute den ball hier ins netz schön gemacht gefällt mir gut gefällt mir sogar sehr gut so wir führen 1 0 und jetzt sind die leute hier vom fc zürich gefragt aber wir haben unsere mannschaft die steht ihnen natürlich im weg und will verhindern dass die den ausgleich machen ganz im gegenteil wir wollen lieber noch ein weiteres tor und unsere führung ausbauen so ja abraschi hat natürlich nichts gemacht steht wie immer da macht ein gesicht unschuldslamm haben wir ausgebreitet ich habe keine ahnung was passiert ist keine ahnung warum der am boden liegt ich habe noch nicht mal berührt so freistoß in die mauer und jetzt hier ja beinah fehlgeschlagener konnte aber hier zuber 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 mustavis in der mitte ui 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 ben khalifa auf mustavi ja beinahe und noch mal auf mustavi und auf abseits super tja schade da war prahimi leider volle kanne im abseits ja und da haben die gegner wieder den ball kontern versuchen sie zumindest ja aber da ziehen wir die reißleine gibt gelbe karte für den gülern glaube ich war es nee abraschi war es diesmal der hier den fuß da wieder mal voll reingehalten hat der ist jetzt schon zweimal aufgefallen hier mit fouls gefährliche sache dem müsste ich mal überlegen ob wir hier mal ein wechsel vornehmen weil seine note passt eigentlich nicht und gelbe karte vorbelastet ist nicht gut sagen wir es einfach mal so gut wir gehen noch mal schnell in die taktik und machen hier als sturm tank mal den mustavi weil der ist ja eigentlich auch ein sturm tank und eventuell können wir dann noch mal ein bisschen mehr reisen so salatich kommt hier für abrahimi ne abrahimi eben im verwechsligen namen abraschi salatich kommt für abraschi und das hat einfach einen grund wir wollen hier die gelb rote karte vermeiden und oder die die rote generell so salatich dummerweise und scheuerten pass in deren raum wo keiner war ficken scherhält diesen ball schön wirft ab dummerweise schießt ab nein auch ist egal jedenfalls der gegner hatte den ball aber es hat sich schon wieder geklärt denn wir sind wieder im ballbesitz aber salatich macht gab den fehlpass und jetzt schön auf ben kalifa der nach innen spielt und da ist keiner beim mustavi nicht durchläuft ja schön abgefangen hier das gibt ganz viel 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 action aber die abwehr hat sich schon wieder formiert prahimi auf mustavi mustavi fehlpass super sache warum nicht das spiel nicht mehr zu lange die nerven 36 minuten und wir stehen kurz vorm ausgleich wenn das hier so weitergeht den will ich nicht nein den will ich nicht und deshalb versuchen wir hier noch den weiteren führungstreffer sozusagen erzielen einen weiteren ball obendrauf zu setzen ich bin sogar fast geneigt hier noch mal einen einsatz zu erhöhen wenn es eng wird und das war wieder ein faul und hat er nicht schon gelb Benito ne da müssen wir uns marken der steht auf unserer liste das nächste mal treten wir ihn um so jetzt aber schöner weiter freistoß dummerweise wieder zum gegner und das ist auch noch schementi ach du lieber hebbel ja das ist ja unser rivale hier von ben kalifa aber puh war das ein krasses dribbling beinahe der ball angekommen dann hat es gescheppert im gehäuse aber diesmal ist der gegner im vormarsch und jetzt haben wir ein befreiungsschlag gemacht aber ja ben kalifa kann den ball nicht halten und zieht die notbremse gibt immerweise freistoß hier für unseren gegner was mir gar nicht behakt oh schön ins abseits gepasst gefällt mir sehr gut da die abwehrreihe aufgepasst ist rausgerückt da was passiert so wir freistoß zubar zubar kann den ball halten bleibt im feld trippelt trippelt super gemacht auf ben kalifa ben kalifa und halbzeit jetzt brauche ich erst mal was zu trinken und pause alter schwede war das spannend ist das spannend wenn wir hier ausscheiden dann war es das servett führt 3 zu 1 locker gegen lugano wir tun uns da schon schwerer wir haben ja auch eigentlich in favoriten sozusagen hier als gegner also ich meine das ist schon mal eine hausnummer hier fc zürich die sind nicht umsonst tabellenführer so die stürmer mal motivieren den prahimi mal motivieren außerdem sollte man mal gucken hier der salatisch das das geht mal gar nicht hier salatisch auch mal motivieren und vielleicht würde ich sagen den gülen noch ein bisschen motivieren weil der gülen der ist ja der schwächere innenverteidiger der muss schon ein bisschen motiviert er hier zur sache gehen dann sollten wir vielleicht mal hier den ben kalifa massieren dann sollten wir hier vielleicht noch mal den zuber ein bisschen massieren ja kann ja nicht schaden hat er recht und ja ich glaube der pavlovich pavlovich oder auch gülen pavlovich pavlovich kriegt auch eine massage und auch der sagt kann ja nicht schaden also die sind alle nicht so wirklich begeistert davon dass sie massiert werden kann ja nicht schaden naja wie auch immer so ich sag denen mal so lasst uns genauso weitermachen dann fügt sich alles zusammen ich hoffe nicht ins gegenteil dass wir hier noch ein tor fangen das wäre erschreckend so jetzt aber zu war hier am trippeln verliert in den ball salatisch wirft sich in den schuss und das war zum glück abseits da haben sie noch reingeschoben weil wenn der so frei vom tor steht dann scheppert zum gewelk das nicht umsonst hier an platz 2 der tor schützen rangliste wenn das kein pokal wäre könnten wir echt mit leben wenn wir hier auch mal verlieren aber pokal bedeutet verlieren gleich ausscheiden wir wollen nicht ausscheiden wir wollen ins finale wir wollen hier den sozusagen zweite chance auf dem europa cup platz oder europa league platz erhalten denn wenn wir pokalsieger werden dürften wir normalerweise auch europa league sein so und jetzt hier nasim ben kalifa macht ein schönes solo geht allein auf dem torwart zu und trippelt ihn aus und haut den ball rein also alle leute die immer sich so beschweren so von wegen die ki hier ganz im ernst also ich weiß nicht worüber ihr euch beklagt hier was die ki angeht der spieler ich habe jetzt mal so ein bisschen fifa spielerkarriere also b pro als als spieler gezockt ich muss ganz ehrlich sagen so manchmal ist mir die ki von fifa die sind einfach zu dämlich also ich meine ich bin die ke von fußballmanager gewohnt wo die dann auch mal hier solo sozusagen nach vorne stürmen oder so jetzt hier so einen tor orientierten pass spielen also alles nach vorne werfen um dann ein tor zu erzielen und muss ganz ehrlich sagen in fifa passiert es einfach kaum also da da muss ich die die schwierigkeit runterdrehen dass wir auch mal ein tor fällt weil die ki kriegt es halt auch nicht gebacken sich dadurch zu trippeln irgendwie die stehen da mit ihren verteidigungsreihen ganz dicht ganz eng wo ich dann manchmal denke was zur hölle hier soll angeblich die ki besser sein kann ich gar nicht verstehen so aber wir kommen zurück zum spielgeschehen wir haben die 67 minute das bedeutet wir können hier langsamer über wechseln nachdenken angeschlagen ist zum beispiel hier unser zuber den könnten wir mal austauschen gegen adili dann bin ich am überlegen ob wir gülen mal gegen den wutke austauschen was eine riskante aktion ist aber der hat sich auch mal verdient hier vielleicht noch den einen oder anderen punkt zu ergattern damit der stärker wird ich hoffe der sammelt wirklich punkte um da stärker zu werden ich meine hallo pokal spielt müsste doch eigentlich gut funktionieren dass der hier punkte sammeln kann auch als jugendspieler wenn der bei uns eingesetzt ist ich habe nur keine ahnung ob die bei ihm schon gezählt werden so jetzt machen wir hier so die befreiungsaktion schlechthin jetzt prahimi dann harjovic dann wieder prahimi schön auf ben kalifa der will lupfen vor auf mustavi das gelingt dann prahimi nur dummerweise ins abseits kann ich alles haben 2 0 steht es ja so auch der gegner wechselt in der innenverteidigung einen mann aus das nutzt mustavi und ja passt wunderbar hier auf nasim ben kalifa der zum 3 zu 0 einschiebt nicht weiß nicht also die tor hier gefallen mir recht gut schön hier vom tor freigespielt schönen pass gespielt und dann stepperts im gebälk und die schießen aus dem strafraum das müsst ihr mal beachten also das ist nicht so dass die immer nur vom strafraum abziehen so eckball schön rausgehauen hier den eckball harjovic scheitert leider bei der verteidigung und ja die innenverteidiger machen es und der wutke der macht einen super job gerade ich bin echt begeistert oder war das salatic der die bälle rausgeholt hat talk easy ch ist bestimmt irgendwie so eine telefonfirma hört sich zumindest so an so fickenscher hat den ball weiter abschlag leider zum gegner der passt durch ja genau so salatic hat den ball schön raus auf adidi adidi trippelt geht volle kanne ab und passt auf ben kalifa der völlig überrascht ist und lässt den ball einfach abtropfen und jetzt gibt es hier noch ein foul von pavlovic der einfach hier mal einen gegner umdrückt aber ja 90 plus 4 dann gibt es die zu null prämie oder gibt es die nicht das sieht nicht gut aus dass der sich dann noch mal eine karte abholt ja gelbe karte hier für adidi der der meinung war er müsste meinen gegner mit dem ball verwechseln und mal zutreten bon so jetzt wieder freischuss hier für unsere gegner und ja fc zürich kann ich leider nicht durchsetzen super sauberer pass leider zum abwehrspieler und da war es das und wir gewinnen 3 zu 0 was ein hammer ich hätte es nicht gedacht fc zürich 0 grassobers zürich 3 das nach 90 minuten das bedeutet wir sind weiter die mannschaft feiert sich die mannschaft lässt ein bild von sich machen die fans toben wie man hier sieht und servett ist auch weiter das heißt grassobers zürich gegen servett fc dürfte lands finale sein nur noch die frage wo bei wem und in welcher reihenfolge so die wiederholung brauchen wir uns nicht unbedingt angucken so und dann haben wir hier wunderbar zweimal 100 prozent gemacht leider keine ansprachpunkte und wenn ich mal so angucke so die noten sind nicht so wirklich der hammer aber na gut mustafi war der beste spieler der vip der hat sternchen bekommen die in seiner leistung war heute mit sternchen so ergebnisse haben wir ja schon gesehen die stimmen tja puh ja ist egal oder was sagen sie hier tore schießen keine kriegen ja sagt dennis effos äh altis hofen fan von grassobers zürich ja so nasim ben khalifa benimmt auch hier die torschützen langliste mit sechs tore vor paiva mit drei toren und ähm ja der rest ist ja eigentlich schon weggebügelt servett sind die nächsten die kommen die haben gerade mal zwei tore und ähm bedeutet wenn wir im finale stehen ist das wohl so gut wie durch es sei denn die schießen da vier stück also ein einziger schießt da vier stück so fair play medaille sind wir auf platz sieben auch nicht schlecht ähm hätte ich jetzt schlechte erwartet aber naja gut dings duck ist der schlechteste äh der mit den meisten karten im pokal sagen es besser so nicht schlechteste so das duell ja puh ja 3,7 kilometer ist der klana gelaufen und ähm ja wilotich nur 2,8 aber naja was soll man sagen äh der ist ja nur halb so viel wert und schafft über die hälfte von seiner laufstrecke ist doch auch mal was so außerdem hier ordentliche vorstellung konnte 37 prozent seiner zweikämpfe gewinnen er hat 60 prozent gewonnen ja na gut wobei man muss dazu sagen wo doch als innenverteidiger ne wilotich das habe ich ihn glatt verwechselt ja gut als innenverteidiger nur 37 prozent zu gewinnen ist natürlich schon fast ein fast nur feige grenzt ja an arbeitsverweigerung sowas so international nominierung hier fletscher wird wieder nominiert wir akzeptieren der spielt nicht mal bei uns in der mannschaft spielt meistens international also zusätzliches budget 428.000 euro restbudget äh ins reservebudget geschoben ähm auch schon mal eine gute sache marketing manager hat eine neue idee und noch eine neue idee und neuer mann ist natürlich der marketing manager vermute ich mal so dann hier siegprämie 250.000 dann gashi noch drei wochen pokalprämie 100.000 und das finale gegen ja servet fc ähm findet vermutlich irgendwo neutral statt das finale keine ahnung so und hier wie gesagt der hier der ist ja jetzt neu gekommen für äh schlappe 95.000 im monat haben wir den hier als marketing manager geholt da hat er ja auch 74 und prompt sind ihm neue marketing ideen eingefallen echt der hammer ähm löcheln wir das mal müssen wir gleich mal reingucken so dann hier nochmal äh verein finanzen da haben sie richtig aufgestockt ich hab gar keine ahnung wo ich die kohle überhaupt hinschieben soll äh ja lassen wir es einfach mal da wo es ist saison ende kommt irgendwann da müssen wir vielleicht dinge ausgleichen haben wir hier die kohle zur verfügung so aufblasbarer pokal ist ihm eingefallen und pokalsiegerschal ist ihm eingefallen das hört sich doch gut an das sollten wir vielleicht auch beides mal entwickeln auch wenn es ein heiden kohle kostet äh ja super naja gut dann entwickel erstmal den pokalsiegerschal äh können wir vielleicht nochmal ein bisschen hier fanartikel ähm sozusagen pushen wenn wir dann wirklich pokalsieger werden würden so dann gehen wir hier nochmal eine runde golf spielen gucken nochmal nach unserer lady was die in kohle raushaut passt aber soweit puh jetzt muss ich erstmal runter kommen nach diesem äh doch recht anstrengenden spielchen hier und ähm dann drücken wir mal hier ein bisschen auf die weiter taste ah hier hier ja oooh ok die sind bei 15 von 20 herzlichen Glückwunsch sie haben wir so erkannt dass ich das auch hinkrieg ähm Wuttke hat Trainingsziel erreicht auch sehr schön der ist jetzt schon 57 mhm sauber und ähm das entwickelt sich ganz gut bei dem muss ich sagen also grad mal gucken wo haben wir den Wuttke sammelt der Erfahrung der hat Erfahrung gesammelt der hat äh vier Punkte Erfahrung gesammelt durch seine Einsätze bei uns und das ist eigentlich nicht schlecht für einen der sozusagen ähm eigentlich noch Jugend spielt der ist ja nur sozusagen ausgeliehen hier hoch in die Mannschaft vielleicht sollten wir hier mal einen Vorvertrag machen ähm für die nächste Saison ähm drei Jahre und äh ich glaub dann können wir gleich mal reinhauen der hat sich eigentlich ganz gut gemacht ähm ich würd sagen 190.000 können wir dem schon mal zahlen als Grundgehalt äh und dann können wir den weiter aufbauen weil eigentlich der macht sich gut der 17 ist jetzt bei 57 hat das relativ flott erreicht sammelt grad schon Erfahrung bei uns ähm da haben wir nächstes Jahr schon mal einen den wir dann öfter mal von der Bank bringen können dass er Erfahrung sammelt bin ich 100% sicher ich hab halt auch Angst dass er uns abwerben ja wenn der jetzt in der Liga zu viel Gas gibt echt stark wird Talent hat er da geht's ratzfatz nicht konkurrent steht auf der Matte und will den kaufen und dann wird er teuer wir machen das mal so da wird sich ein paar Tagen wieder bei uns melden wir haben den ja ganz gut gefördert vielleicht hilft's was so der Hajovic der ist richtig gut drauf der ist so gut drauf wie noch nie wahrscheinlich weil er so oft spielen darf und so weiter der Fletcher ist mal wieder Nationalmannschaft der kann das eh besser Nationalmannschaft oder der Fletcher sag ich als der Fälscher wobei wenn ihm sein Bruder kommt in der nächsten Saison werden wir den natürlich auch einsetzen müssen ähm hilft gar nichts ähm müssen wir wohl drauf aufbauen übrigens der hat hier Note 3 gekriegt das natürlich auch mal wieder ähm so eine Sache wo wir drüber nachdenken sollten ob wir den mal wieder in die erste Mannschaft holen so dann hier gibt's wieder Trainingsziele erreicht bei zwei Spielern allerdings ähm ja werden sich schon die Leute drum kümmern so dann haben wir hier Mittelfeldspieler ähm gute Frage ach Gott ein Stern wollen die mich veräppeln ein Stern nee wollen wir nicht so Leute schicken wir heim also ein Stern was willst du mit einem Stern auch die hier das ist ja ein Witz hoch 5 was sind das hier für Noten oder für Talente geht heim spielt Tischfußball erste Schweizer Liga habt ihr nichts zu suchen mit dem Talent und dieser Stärke so wie sieht's denn hier aus oh das ist gut 15 Jähriger Stärke 33 3 Sterne Halbsturm auch schon wieder so ein Halbstürmer äh ich sag mal Halbsturm hängende Spitze schuldigung hängende Spitze wobei Halbsturm wahrscheinlich gar nicht so verkehrt ist wie manche von euch denken ähm ich bin der festen Überzeugung dass es schon mal Halbsturm genannt wird vielleicht schon 10 oder 20 Jahre her aber es wird schon mal so genannt so der hier ist verletzt äh spielt er normalerweise ich glaub nicht oder ach der ist eh nicht gut genug schicken wir auch nach Hause alles nach Hause alles was da unten rum dümpelt nach Hause ähm auch der hier ein deutscher 15 Jahre alt ne will hier in der Schweiz einen Durchbruch schaffen hat das Talent aber nicht die Stärke dafür boah das hier gibt einen krasser oder Anthony Lerock 16 Jahre 16 Jahre und jetzt schon starke 55 alter Schwede geht der ab komm schicken wir nach Hause weg ist weg so dann äh hauen wir hier nochmal rein bada bumm und dann haben wir auch schon wieder den wunderbaren Sonntag es scheitert der Trainer von Young Boys an der Stimmung und äh der ist gesperrt von äh was ist das eigentlich Luzern oder Lugano Luzern genau ähm ähm die Tabelle sieht gut aus wir stehen da immer noch auf Platz 3 hinter Basel aber nur ein Punkt hinter Basel wenn Basel einmal strauchelt und wir zuschlagen dann hat es gepinkt und äh übrigens Servette ist gar nicht mal so schlecht unterwegs denn äh die sind Tabellennachbar also auch das gibt nochmal ein spannendes Spiel da bin ich echt mal gespannt so einmal drücken wir noch die Leertaste dann springt es einen Tag weiter dann haben wir wunderbar ein Autosave hier und der Autosave das ist ja mein Liebling der deutet immer an dass wir bald wieder Montag haben und wenn wir Montag haben ja wenn wir den Montag haben dann ist meistens die Zeit gekommen wo ich sage macht's gut bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt Nick Frey zockt Fußballmanager 13 im Mikromanagement dann bereiten wir uns vor aufs nächste Spiel gegen den FC Thun und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube noch viel Spaß mit meinen anderen Videos macht's gut bye bye